Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Birstings Blow. Gehen wir mal wieder auf einen Server. Der ist ziemlich voll. Gehen wir da rein. Und schauen was haben wir hier. Deathmatch. Bomb Mission. Schauen wir mal was raus wo hier fast voll ist. Achtung. Deathmatch. Mit Schrotflint ist das glaube ich. Aber Deathmatch haben wir schon. Bomb Mission haben wir auch. Und was war das? Ach egal. Bomb Mission. Bestmatch. Nein. Die werden sind so leer. Auf hier steht Play. Das Spiel aber schon. Nein nicht in die. Ach Mensch. Eins zurück. In der Nachricht. Und 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 und. Nein. Da gehen wir rein. Hm. Drei gegen keinen. Da bin ich mal gespannt wie das aussieht. Okay. Let's go. Ich glaube das Ding Computer war. Ach das ist unendlich. Die Zeit läuft runter also 8 Minuten haben wir noch. Ich denke mal wer die meisten Feals hat hat. Ich glaube nur. Nein. Ich würde das schöne Bombe reinschmeißen. Anscheinend ist es auf easy gestellt. Ach. Ach. Was ist der gestoppt wieder aufgestanden? Okay. 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 Ich bin dran. Okay. Ich bin dran. Oh nein. Ich bin dran. zu stehen und warten da habe ich erwischt ich hänge mit den hintern an der wand nein 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 Feuer in the hall! Feuer in the hall! Feuer in the front! Boah! Also der Computer spielt genauso doof wie ich. Naja vielleicht ein bisschen dünn war, aber ich habe schon 11 zu 3 Kills. Wir haben keinen Bombenkill. Ich kann euch meine Bomben werben. Wir haben noch zwei Läden. Wir haben noch zwei Läden. Feuer in the hall! Feuer in the hall! Wir haben noch zwei Läden. Wir haben noch ein paar Läden. Wir haben noch zwei Läden. Wir haben noch zwei Läden. Naja, ohne Goine AK will ich auch, ach ich glaub die Goine kostete Geld. Ich bin ja einer, wenn ich free to play spiele, spiele ich auch free to play. Damit zahle ich da kein Geld für. Oh, das ist cool. Oh, das war gerade richtig gut, glaub ich. Wie hab ich gerade abgeschossen? Ich hab gerade die Sterne nicht gezählt. Das war natürlich jetzt richtig doof. Hab den einen nicht gekillt, bin nur weiter gerannt. Obwohl ich gerade die ganze Zeit so durchlaufen kann und alles kaputt schießen kann. Vielleicht hab ich das ja auch so. Oh. 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 da steht er na gut das hängt nicht alles mal ganz witzig so ne Runde gegen Computer finde ich ganz nice 31 kill zu sehen ja 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 Dann scheint er auch schon zu viel gekillt Oh Nein Und jetzt aber ganz schnell ja zack 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 Ok aufgeladen und weiter geht's nein es geht nicht mehr weiter wir haben 110 zu 121 gewonnen Das war mal eine schnelle Runde Ja mal schauen was es ja noch hier schon so gibt Ich glaube ich habe jetzt so gezeigt einmal deathmatch einmal bombmatch Und das war jetzt gerade Ein AI-Match Ja Gut Dann gehen wir hier wieder raus Und ich würde sagen Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss 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 Tschüss